Das Thema der Konferenz Wohlfühlen oder Glaubenskampf und ja, mir obliegt die Aufgabe jetzt diesen Einführungsvortrag zu halten, gleichzeitig auch auf diese Verse 1 und 2 einzugehen und ich habe mich entschlossen, nicht viel zum Umfeld dieses Briefes zu sagen, zumindest was die historischen Dinge angeht, sondern beim Text zu bleiben, der hier steht und diese besonders den Vers 1 vor unsere Blicke zu stellen und ja, ihn auf uns wirken zu lassen. Das Hauptthema dieser Konferenz also Wohlfühlen oder Glaubenskampf, der Judasbrief, Teil 1, eine wichtige Selbsteinschätzung und ich möchte gerne mit euch jetzt den ganzen Brief lesen, dass wir einen Einblick jetzt haben, ich lese also nicht nur die Verse 1 bis 2, sondern lese den ganzen Brief. Die Nachfolgereferenten werden sicherlich ihre Verse nochmal selbst lesen, aber ich möchte gerne, weil es der erste Vortrag ist zu dem Brief, den ganzen Text lesen, damit wir einen Vorabüberblick haben, was diesen Text angeht. Judas Vers 1. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschergewalt und lästern Majestäten. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses einen Wortwechsel führte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich um Gewinneswillen völlig den Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korachs ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst zweimal erstorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Von diesen aber hat Henoch, der siebte, nach Adam geweißt sagt, indem er sprach, siehe der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen, unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten. In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Unterbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Soweit dieser ganze Brief und ich glaube, wir merken schon, welche Spannung in diesem ganzen Brief steckt, wie inhaltsreich und wie inhaltsgeladen er ist. Wir schreiben das Jahr 68 nach Christus. Die Gemeinde steckt zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen und ist bereits Gegenstand von heftigen Angriffen. Sie steckt in einem geistlichen Kampf. Und dieser geistliche Kampf, der hat nicht nur am Anfang der Gemeinde getobt, sondern auch vorher schon und auch während der ganzen Gemeindezeit tobt er und er tobt auch bis in die heutige Zeit hinein und er tobt bis zum Ende der Zeit. Begonnen hat es in Eden, als Satan Adams Vertrauen auf Gott auf die Probe stellte. Und seitdem besteht dieser Kampf, tobt dieser Kampf und seitdem verfolgt Satan konsequent immer das gleiche Ziel, nämlich den Glauben. Und darum geht es hier, den Glauben, den Glaubensinhalt anzugreifen, die Lehre anzugreifen und letztendlich greift er, wenn Satan Gottes Lehre angreift, greift er damit Gottes Charakter an. Und das ist sein oberes Ziel. Er stellt sich immer als der hin und will Gott als den hinstellen, der der Lügner ist, obwohl er selbst der Lügner von Anfang an ist. Er selbst ist Vater der Lüge, aber er stellt sich hin und bezichtigt Gott des Lügenwortes, indem er sich hinstellt. Zum Beispiel, wie wir es im Garten Eden sehen, sollte Gott wirklich gesagt haben. Er will also das Vertrauen der Christen gegenüber ihrem Herrn untergraben, indem er ihnen immer wieder sagt, stimmt das wirklich, dass Gott dich liebt? Stimmt das wirklich, dass Gott dich berufen hat? Stimmt es wirklich, dass Gott dich angenommen hat? Stimmt es wirklich, dass Gott dich gerettet hat? Und so weiter und so weiter. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Und das ist ein wesentlicher Teil der Attacken des Feindes, die er bis heute fortsetzt. Er greift also den heiligen Charakter Gottes an, indem er das Wort Gottes in Misskredit bringt. Und dabei bemächtigt er sich unserer Gedanken. Das heißt, er hat keinen Zugang direkt zu unseren Gedanken, zu unserer Gedankenwelt. Aber er weiß, was es bedeutet, wenn er in den Gläubigen Zweifel sehen kann. Und somit sind sein Schlachtfeld unsere Gedanken. Wie macht er das? Er sät, wie ich es gerade gesagt habe, Zweifel an Gottes Wort, welche wir dann, wenn wir sie hören, in unseren Gedanken bewegen. Und wir haben dann immer grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir schmettern diese Gedanken, diese falschen Gedanken des Zweifels, des Angriffs auf Gottes Wort, auf Gottes Charakter ab, oder wir geben diesen Gedanken Raum. Wir bewegen diese Gedanken in unserem Kopf, eigentlich in unserem Herzen. Wir denken nach der Bibel ja mit unserem Herzen. Auch wenn wir pathologisch oder von dem Organ her mit unserem Gehirn denken, aber die Bibel verortet das Denken in unserem Herzen. Wir bewegen diese Dinge also dann in unserem Herzen und nehmen sie an. Diese beiden Möglichkeiten haben wir. Und hier merken wir schon, welche Rolle das Wort Gottes spielt, dass wir es kennen müssen, um diesen Attacken des Feindes in rechter Weise auch begegnen zu können. Und ich möchte betonen, bevor wir an diese verschiedenen Punkte gehen in diesem Vers 1 und 2, dieser Kampf tobt rund um die Uhr in jedem Bereich unseres Lebens sieben Tage die Woche. Das ist nicht wie ein Boxkampf, wo du dich monatelang vorbereitest vielleicht und dann irgendwann zu einem bestimmten Datum in den Ring steigst und dann fechtest du diesen Boxkampf aus und dann sind die zwölf Runden vorbei und der Gong klingt und du verlässt den Ring und gehst unter die warme Dusche oder kalte Dusche und dann gehst du in deinen Alltag zurück. Nein, mitnichten ist es so. Der Glaubenskampf ist 24 Stunden am Tag in jedem Bereich unseres Lebens. Und deshalb schreibt Judas diesen Brief als einen Kampfbrief. Er warnt eindringlich vor der Gefahr irreführender Lehren. Und wenn man sich in diesen Brief hinein vertieft und auch die nächsten zwei, drei Minuten geht es beim ersten Punkt um die Person des Judas, wenn man sich mit ihr beschäftigt, dann merkt man, wie sein Herz sichtlich bewegt ist von dem, was er schreibt. Und dass diese Worte, die er hier verbrieft hat, dass die wirklich aus einem ringenden Herzen kommen, aus einem bewegten Herzen kommen, inspiriert und gelenkt vom Heiligen Geist. Ich habe nachgelesen, im Original besteht dieser Brief wohl aus 458 Worten, Wörtern. Die Zählung nach Nestle-Arland, 28. Auflage. 458 Worte, das ist nicht viel. Und wir haben gerade gesehen, wie inhaltsreich das ist. Jedes Wort und hier zählt zweifelsfrei das, was in 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, dass das Wort Gottes Geist Geatmet ist, Theopneustos, Gottgegeistet eigentlich, wörtlich übersetzt. Das sagt man ja so nicht, Gottgegeistet. Aber es ist vom Geist Gottes inspiriert, es ist ausgeatmetes Wort Gottes. Und so hat jedes Wort im Judasbrief ein Gewicht, ein starkes Gewicht, denn nicht ein Jota wird fallen, hat Jesus gesagt, von dem, was Gott selbst ausgeatmet hat. Der Judasbrief ist damit der drittkürzeste Brief des Neuen Testamentes. Und erstaunlich ist eben, obwohl er so kurz ist, er eine Fülle von verschiedenen Punkten in Bezug zu dem Hauptthema dieses Briefes aufzeigt. Dieser Brief ist kurz, er ist prägnant, er ist ernst, er ist eindringlich, pointiert, fokussiert, jedes Wort sitzt. Es ist Gottes Wort. Es ist Gottes heiliges Wort. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, dass das Wort Gottes schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und es alles durchdringt. Warum durchdringt Gottes Wort alles? Weil es Theopneustos ist, weil es geatmet ist von Gott selbst, weil es direkt aus dem Mund Gottes kommt. In Offenbarung 1, Vers 16 heißt es, er hat in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Hebräer 4, Vers 12 vergleicht dieses mit einem tatsächlichen Schwert und du kannst dir das schärfeste Schwert vorstellen, was es gibt. Du nimmst dir die schärfste Rasierklinge, die es gibt, das schärfste Skalpell, was ein Chirurg nimmt, um zu operieren. Oder heute noch moderner, nach wissenschaftlichen Methoden, du nimmst dir den exaktesten Laser, der in der Lage ist, Metall haargenau zu schneiden. Es ist nichts gegen die Schärfe des heiligen Wortes Gottes. Und das möchte ich ganz an den Anfang dieser Vorträge stellen, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben, wenn wir Gottes heiliges Wort aufschlagen und lesen. Es ist direkt von ihm ausgeatmet. Wir hatten vor 14 Tagen unsere Missionskonferenz der MSOE und ich war sehr dankbar, dass auch eine Mitarbeiterin aus Armenien da gewesen ist. Und als wir so ins Gespräch kamen, da habe ich so vernommen, dass wie die Bibel in Aramäisch, wie die aramäischen Christen die Bibel nennen, sie nennen sie Atem Gottes. Ich glaube, das trifft es genau auf den Punkt. Also der Judasbrief ist scharf, er durchdringt und er ist gottverherrlichend, wie alle anderen Bücher der Bibel auch. Und dann haben wir das Hauptthema dieses Briefes und da zitiere ich einen Ausleger, G. Campbell Morgan, er sagte oder er schrieb, das Thema dieses Briefes ist Abfall, dessen Möglichkeit, dessen Gefahr und dessen Strafe. Kein Brief im Neuen Testament spricht ernster und leuchtet die Herzen tiefer aus. Man kann ihn nicht studieren, ohne dass man sich einer gründlichen Selbstprüfung unterzieht. Das hat Benedikt Peters zitiert in seinem Judas-Kommentar. Ich möchte drei Punkte nennen. Wir werden uns vorrangig mit dem Punkt 1 und 2 beschäftigen, aber drei der Vollständigkeit halber. Erstens, der mutige Schreiber. Zweitens, die ermutigende Erinnerung an das Fundament der Empfänger. Und drittens, der mutmachende Segenswunsch. Punkt 1, der mutige Schreiber, Vers 1a. Im Vers 1 und 2 begegnet uns viermal ein Dreiklang. Ich habe gestaunt, als ich das gelesen habe, über diese Harmonie, die auch in diesen zwei Versen drin steckt. Das ist vielleicht nicht so wichtig, aber es ist interessant, wenn wir es auch mal hören. Also viermal ein Dreiklang. Wir lesen drei Namen, drei Bezeichnungen, drei Tatsachen, drei Segenswünsche. Und im Vers 1 begegnet uns die ersten beiden Dreiklänge. Wir lesen drei Namen und drei Bezeichnungen. Zunächst um den Namen, um den es jetzt gehen soll. In Punkt 1 um Judas, der diesen Brief schrieb. Er war jemand, dessen Herz durch das Wort Gottes, durch das Schwert des Wortes Gottes getroffen und nicht nur getroffen wurde, sondern was durchbohrt wurde. Interessant ist die Geschichte von Judas. Er war der Bruder von Jakobus und damit der Halbbruder des Herrn. Ihr könnt es nachlesen in Matthäus 13, 55, Markus 6, Vers 3 und besonders Johannes 7, Vers 5. Er bekommt ein besonderes Gewicht im Zusammenhang mit diesem Brief und dem Aufruf, den er hier tätigt. Da wird uns nämlich gesagt, dass seine Brüder, also die Brüder des Herrn, die Halbbrüder von Jesus sozusagen, dass sie nicht an ihn glaubten. Das bedeutet also, dass offensichtlich Judas seinen Halbbruder, den Messias, Gottes Sohn Jesus Christus, vor der Kreuzigung und Auferstehung als Messias ablehnte. Und dass er hinterher oder im Zusammenhang mit der Kreuzigung und Auferstehung dann letztendlich zum Glauben fand, Buße tat. Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 18, das ist etwa nach Johannes 7, Vers 5, etwa acht Monate später, lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 14 davon, dass die Brüder des Herrn, also die Halbbrüder des Herrn, dort zusammen waren, wo gebetet wurde und wo der Name Jesus angebetet wurde. Das heißt also, in diesem Zeitraum ist er offensichtlich zum Glauben gekommen. Und hier vielleicht die erste Anwendung auch auf unser Leben, in unsere Zeit. Stell dir das vor, Judas hat jahrelang mit Jesus zusammen gewohnt, Seite an Seite mit ihm gelebt, mit ihm am Tisch gesessen, mit ihm gesprochen, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Später, nach seiner Taufe, hat er mitbekommen von seinen Wundern. Er hat seine Predigten gehört. Er hat mitbekommen, was die Menschen über ihn gesagt haben. Er hat das alles gesehen, mitbekommen. Und es hat ihn nicht ergriffen. Und es hat mir gezeigt, beim Nachdenken, nur über den Absender jetzt, ein Mensch kann Jahrzehnte in einer Gemeinde sein und sich förmlich dazugehörig wissen, ohne wirklich wiedergeboren zu sein. Und dennoch verloren gehen, weil er nie wirklich sein Vertrauen auf den Gottessohn gesetzt hat. Sondern nur, wie es Paulus sagt, besonders zum Ende der Zeiten hin, eine Form der Gottseligkeit hatte. Eine Form, die Kraft Gottes aber verleugnete, den Heiligen Geist sozusagen nicht hatte und aus eigener Kraft lebte. Und wir können uns vorstellen, was das für Judas bedeutet hat, als er nach so verhältnismäßig langer Zeit das Herz geöffnet bekommen hat und die besondere Gnade genossen hat, trotz jahrelangem scheinendes Lichts in sein Herz zum Glauben zu kommen. Das ist eine besondere Gnade. Und ich habe mich erinnert an einen Bekannten aus unserem Bekanntenkreis, ein älterer Mann, der über 20 Jahre lang eine Gemeinde besuchte, immer dabei gewesen ist, eine Form hatte. Alle dachten, er war gläubig. Er war es nicht. Und dann gab es einen Abend, wo Gottes Wort sein Herz durchbohrt hatte und wo er dann Buße tat und wo er sagte, jetzt nach 20 Jahren, jetzt habe ich es verstanden, jetzt hat Gott mich gerufen, er hat mein Herz geöffnet. Heute Abend habe ich es verstanden, was das für eine besondere Gnade ist. Und ich sage das auch bei uns in der Gemeinde immer unseren Kindern und jungen Leuten, ich sage Ihnen das immer wieder, dass sie nicht gerettet sind, nur weil sie hier dabei sind, weil sie von Baby an in der Gemeinde sind, weil sie natürliche Nachkommen der Gemeindemitglieder sind. Davon werden sie nicht gerettet. Gott hat keine Enkelkinder, Gott hat Kinder. Jeder selbst muss sein Vertrauen auf Christus setzen. Das ist ganz wichtig. Und so wurde Judas Herz von Jesus weit geöffnet. Und vielleicht schreibt er deshalb so eindringlich und warnte vor den Irrlehrern, weil er wusste, weil er wusste, was es heißt, jahrelang nah an Jesus zu sein, ohne ihn wirklich begriffen zu haben, wer er ist, ohne ihn wirklich verstanden zu haben, wer er ist und wiedergeboren zu sein. Und welche Gefahr vielleicht von solchen Menschen auch ausgeht, die den Geist Gottes nicht haben, das lesen wir ja auch in diesem Brief, es sind Menschen, diese Irrlehrer, die den Geist nicht haben und die sich dennoch hinstellen und im Namen Gottes reden. Welche Gefahr von solchen Menschen ausgeht. Vielleicht wusste er das, konnte er es in gewisser Weise erahnen. Und so haben wir auch in der heutigen Zeit, und deswegen ist dieser Brief so aktuell, in der Christenheit, auch unter den Evangelikalen. Und ich möchte noch weiter gehen, auch unter den Bibeltreuen haben wir ein Fake-Christentum. Wir haben falsche Fünfziger. Und aus diesem Grund wurde der Judasbrief geschrieben, weil sich eben etliche eingeschlichen haben. Und wie froh wird Judas gewesen sein, als er die die Wahrheit erkannte und die Wahrheit ihn frei machte. Seitdem ist er als Knecht, so heißt es in Vers 1, als Knecht mutig für ihn unterwegs. Judas, Knecht Jesu. Jesu Christi. Er hätte sich ja menschlich gesehen gut dünken können, indem er gesagt hätte, naja, es schreibt euch Judas, der Bruder des Herrn. Hat er nicht gemacht. Er hat verstanden, was es bedeutet, auch wenn er sein Halbbruder war, dass es sein Herr ist, dass es der Christus ist. Und ich glaube, das ist das rechte Verhältnis, in dem auch wir stehen. In dem ich stehe, in dem du stehst. Christ, wir sind seine Diener, seine Knechte. Ich weiß, das Wort Knecht und Sklave ist heute anrüchig, aber wenn wir es von der Bibel her verstehen, sind es die richtigen Ausdrücke. Wir sind Knechte des Herrn. Er ist unser Herr. Er ist der Christus. Und das ist das rechte Verhältnis. Übrigens, sein Bruder Jakobus nannte sich ebenso. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes. Auch für ihn war das klar. Und so könnt ihr das ableiten für alle, die an Christus glauben, die ihm vertrauen. Die sind Brüder und Schwestern untereinander, aber in Bezug auf Jesus sind wir Knechte von ihm. Wir sind seine Diener. Er ist unser wunderbarer, unser wunderbarer Herr. Also, dieser Brief ist von Judas, dem Knecht Jesu Christi, und er ist eine mutige Aufforderung zu kämpfen. Und bevor wir dann zum Vers 3 kommen, im zweiten Vortrag, und das möchte ich unbedingt jetzt herausstellen, weil ich glaube, dass das ein absolutes Schwergewicht dieses Briefes ist, erinnert Judas, die Empfänger, noch einmal an die rechte Theologie in Bezug auf ihr Heil, auf ihr Fundament. Er erinnert sie daran, erinnert euch, auf welchem Fundament ihr steht, welche Identität ihr habt. Und damit ihr in dem Bewusstsein, auf welchem Fundament ihr steht, feststehen bleiben könnt und eben auf diesem Fundament, in diesen Glaubenskampf hineingehen könnt oder in dem ihr euch befindet, kämpfen könnt. Also, ganz wichtig, die Erinnerung an unsere Identität und das ist der Punkt 2, die ermutigende Erinnerung an unser Fundament bzw. an unsere Identität, Vers 1b, der nächste Dreiklang. Judas gibt seinen Lesern im Vers 1b drei Wahrheiten an die Hand und ermutigt sie ungemein, dadurch ungemein, den Herausforderungen zu trotzen und standhaft zu bleiben. Und ich bin davon überzeugt, dass je mehr wir diese drei Worte, die drei Punkte, die hier stehen, verinnerlichen, desto standhafter werden wir werden, weil wir dadurch immer tiefer eintauchen in diese Wahrheiten, die uns Gottes Wort hier vermittelt. Jemand sagte mal, in Judas 1, also in diesem Vers 1, geht der Himmel auf, wenn du angefochten oder angefeindet bist oder anderweitig in der Sackgasse steckst, dann lies Judas 1b. Und ich glaube, derjenige hatte Recht. Beschäftige dich mit diesen Wahrheiten in diesem Vers, diesen Dreiklang. Ihr seid berufen, ihr seid geliebt, ihr seid bewahrt. Und behalte das mal im Hinterkopf. Ihr seid. Ihr seid. Schauen wir mal einzeln hin. Erstens, also unter Punkt 2, 1. Ihr seid berufen. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen. Dieses Wort beschreibt, wenn wir es im Kontext der anderen, anderer Bibelstellen lesen, beschreibt dieses Wort mehr als den allgemeinen Ruf an das Evangelium von Jesus Christus zu glauben. Es beschreibt vielmehr den wirksamen Ruf, der von Gott ausgeht und die entsprechende Person, das Herz der betreffenden Person erreicht, das Innere einer Person erreicht und zur Umkehr bewegt. Und dieser Ruf, der von Gott ausgeht, weckt den Willen des Betroffenen und wirkt im Betroffenen selbst neues Leben. Im zweiten Timotheusbrief lesen wir im Kapitel 1, Vers 8 folgendes. 2. Timotheus 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht, haben wir heute Morgen übrigens gehört, als Andacht beim Frühstück, erinnert euch, schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Und jetzt kommt im Grunde sowas wie eine Begründung. Und im Vers 9 heißt es, er hat uns ja errettet und berufen. Achte mal auf den Wortlaut. Er hat uns errettet. Er hat uns berufen mit heiligem Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes oder auch nach Plan und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Gnade, die uns vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Das heißt, Gottes Gnade, die hat nicht irgendwann angefangen, als wir hier auf der Erde lebten und dass irgendwann Gott sich entschloss, ich bin jetzt dem gnädig und der kommt jetzt zum Glauben oder der bekehrt sich oder was auch immer. Gottes Wort sagt uns, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass er ewig gnädig ist. Genauso wie ewig heilig, ewig liebe, ewig barmherzig und so weiter. Seine ganzen Eigenschaften sind ewig. Und Gottes Wort sagt, dass er ewig gnädig ist. Das heißt, er war schon gnädig, da gab es uns noch gar nicht. Das heißt, er wollte mit uns schon gnädig sein, da waren wir noch gar nicht existent. Seine Gnade war schon vor der Zeit da, bevor alles geschaffen worden ist. Sie war vor der Zeit da, in der vorzeitlichen Ewigkeit. Und sie hat sich in der Zeit vollzogen, in dem Menschen zum Glauben gekommen sind. Und sie wird sich in aller Ewigkeit fortsetzen. Ist das nicht eine wunderbare Wahrheit des Wortes Gottes? Gott erweckt Menschen zum ewigen Leben. Die Bibel sagt, dass Menschen tot sind in Sünden. Und wir wissen alle, ein Toter, der kann nichts tun. Ich habe vor einigen Wochen eine Predigt mir angeschaut, ein Video. Und da ging es ganz kurz um die Frage, dass ein Referent einer Bibelschule vor den Schülern stand und hat sie in Bezug auf die Rettung der Seele, also die Wiedergeburt, die Bekehrung, wie wir das nennen, gefragt. Wenn die Bibel sagt, dass der Mensch tot ist in seinen Sünden. Was kann ein Toter dann tun? Und der Dozent blickte durch die Reihen und es herrschte erst mal so ein eisiges, betretenes Schweigen. Und dann kam ganz hinten aus der letzten Ecke, kam die Antwort, ich sagte ganz vorsichtig, das Einzige, was ein Toter kann, ist stinken. Und der Dozent sagte, genau, das ist es. Das ist alles, was ein Toter kann. Er kann nicht arbeiten, er kann nicht glauben, er kann nicht tun, was Gott gefällt, er kann nicht tun, was Gott erfreut, er kann nichts tun, dass ihm das Heil zukommt, er kann kein Werk tun, dass er gerettet wird, nichts. Er ist einfach tot und er stinkt vor sich hin. Er muss, und das ist der Befund der Schrift, er muss aufgeweckt werden, er muss erweckt werden. Es muss der Heilige Geist in sein Herz leuchten, damit er anfängt zu leben. Das Licht des Lebens muss in sein Herz leuchten. Und nebenbei bemerkt ist das Bild, was wir in der Evangelisation manchmal gerne verwenden, das Bild von dem strampelnden, ertrinkenden im Wasser, der in den Rettungsringen zugeworfen wird, das ist eigentlich nicht ganz korrekt, das ist nicht ganz richtig. Denn eigentlich müssten wir es eher so formulieren, dass der Mensch der Tod ist in seinen Sünden, dass er tief am Erdboden des Ozeans liegt und von dort herausgezogen werden muss, durch die Hand Gottes. Das ist eher das Bild, was die Schrift uns aufzeigt. Hier in Judas 1 ist es die Berufung zum Dienst, aber auch die Berufung zum Heil, die der Berufung zum Dienst vorausgeht. Wir können das nachschlagen auch in Römer 1, Vers 7, 1. Korinther 1, 23, 1. Thessalonicher 5, 24, wenn ich es jetzt schnell sage, ich sage es euch gerne nochmal dann später, wenn ihr das wollt. 2. Thessalonicher 2, Vers 13 und 14. Also immer im Kontext von dem, was die Schrift sagt. Oder ein alttestamentliches Beispiel, Jeremia 1, Vers 5, wo es heißt, Ehe ich dich Jeremia im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Also bevor Jeremia überhaupt da gewesen ist, bevor er überhaupt gezeugt, geboren wurde, hatte Gott ihn schon ersehen, dass er diesen Dienst tun sollte, dass er ihn zu sich zieht, dass er ihn rettet und diesen Dienst tut. Und interessant, und ich glaube, das ist ganz wichtig für diesen Brief, der Ruf Gottes gründet sich auf nichts, was er im Gläubigen vorfinden könnte, wo er andockt. Also kein Verdienst von uns, was Gott veranlassen könnte, dass seine Gnade auf ihn fällt. Wir können uns das nicht verdienen, in keinster Weise. Allein Gottes Souveränität ist ausschlaggebend. Und damit sind die Geretteten auch sicher in Christus. Das habe ich gerade versucht auszuführen mit wenigen Worten, wo es um die vorzeitliche Ewigkeit geht. Wer das nachschlagen möchte, die ganze goldene Kette der Erlösung finden wir in Römer 8, Vers 28 bis 30. Und deshalb, weil die Christen, die an die Juden schreibt, sie das als erstes verinnerlichen sollten, diese Gewissheit, diese Gewissheit ihrer Berufung, diese Gewissheit ihrer Rettung, diese Gewissheit ihres Heils, deshalb konnten sie auch den gefährlichsten Auseinandersetzungen mit Irrlehrern strotzen. Das ist ein wichtiges Fundament. Also geistliche Stabilität, es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an mir. Es liegt an ihm. Wie schwer wäre es? Wie groß wäre der Druck, wenn du im Glaubenskampf stehst und du würdest immer nur sagen, es liegt an mir. Es liegt an meinen Bemühungen. Es liegt an meinem klugen Denken. Es liegt an meiner Kraft. Furchtbar. Furchtbar. Gott ist es, der in uns wirkt. Das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Philippabrief, Kapitel 2. Und dieses Fundament sollten sie sich zuerst, diesen Teil sollten sie sich zuerst ins Gedächtnis rufen, weil sie das stark machen sollte. Und jetzt kommen wir zum zweiten Begriff. Ihr seid geliebt. Vielleicht hat der ein oder andere vorhin aufgehorcht, dass es bei ihm anders steht. Ich habe nach der Schlachter 2000 gelesen, dort heißt es an die Berufenen, die durch Gott, den Vater, geheiligt sind. Das schreibt die Schlachter 2000, aber die Relp und andere, also revidierte Elberfelder und auch sicherlich alte Elberfelder, schreiben geliebt. Und das ist wohl auch die vorzuziehende Leseart. Die besseren Handschriften, so habe ich es nachgelesen, legen das nahe. Und wenn auch Grundtextkenner hier dabei sind, die werden das wahrscheinlich auch so bestätigen. Geliebt. Die zweite Wahrheit, die Judas, bevor er sagt, dass sie kämpfen sollen, hier entfaltet ist, mit zwei Worten oder mit einem Wort nur, ihr seid geliebt. Ihr seid geliebt. Und wahrscheinlich geben wir uns alle recht, geliebt zu sein ist etwas Herrliches. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, solche Reisen alleine zu machen, ohne meine geliebte Frau. Mir geht es immer viel besser, wenn sie bei mir ist. Vielleicht geht es dir auch so mit deinem Ehepartner. Und wenn dein Ehepartner dir sagt, dass er dich liebt, das ist doch was Wunderschönes, oder? Ja. Wenn du hörst, ich liebe dich von deinem Ehepartner oder von deinen Kindern, ist das doch Balsam für die Seele. Oder wenn deine Kinder aus deinem Mund hören, dass du sie lieb hast, dann ist es übrigens auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie viel ausgeglichener aufwachsen, dass sie sich sicher wissen, angenommen wissen bei ihren Eltern, dass sie geborgen sind, das Bewusstsein des Angenommenseins. Und das führt zu einer erheblich stabileren Psyche bei den Kindern. Und das können wir natürlich auch geistlich übertragen. Weißt du, wie oft Gott dir sagt in seinem Wort, dass er dich liebt? Wie oft er das sagt. Und jetzt sind wir in diesem göttlichen Bereich, nicht in diesem menschlichen, wo wir uns gegenseitig in der Ehe zum Beispiel sagen, dass wir uns lieben oder unter den Kindern. Hier sind wir in einem geistlichen Bereich, in einer geistlichen Sphäre. Das heißt, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der, der sagt zu mir und zu dir, ich liebe dich. Und das, obwohl er ganz genau weiß, wer ich bin. Obwohl er Einblick hat in die tiefsten Kammern meines Herzens. Obwohl er Einblick hat in meine ganze Gedankenwelt. Obwohl er die Leichen in meinem Keller alle kennt. Obwohl er weiß um alles in meinem Leben. Unser wahres Leben ist ja unser Inneres. Obwohl er das alles weiß, sagt er, ich liebe dich. Obwohl er weiß, dass ich nicht nur ein Lump bin, sondern der größte Sünder, der die Hölle verdient hat, heißt es, dass du und dass ich im Vater geliebt bin. Geliebt. Ich weiß, das Wort Liebe ist heute ein Begriff, der ist abgedroschen. Den hörst du überall. Geht nur noch um Liebe und Liebe und Liebe und wir wollen uns alle lieb haben. Aber die Liebe der Schrift, die Liebe Gottes uns gegenüber ist etwas ganz anderes, etwas ganz Tieferes. Etwas Einzigartiges, was niemals zu vergleichen ist. Und das, obwohl er uns kennt. und ich möchte, dass du dir diesen Gedanken auf der Zunge zergehen lässt, was es bedeutet, dass Gott dich liebt, obwohl er dein Herz kennt. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, seine Liebe, seine Liebe, die, die war auch dann da, wo wir mit ihm nichts zu tun haben wollten, wo du ihm ins Angesicht gespuckt hast, wo ich ihm, wo ich ihm den Rücken zugewandt habe, wo ich zu ihm gesagt habe, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich hasse dich. Das ist unsere natürliche Ausrichtung, zu sagen, Gott, ich hasse dich. Und Gott sagt, meine Liebe gilt dir dennoch. Das heißt, sie knüpft nicht in etwas an, was in mir ist. Wie die Berufung. Sie ist bedingungslos. Und ebenso wie der Entschluss, dich und mich zu retten, in der vorzeitlichen Ewigkeit seinen Anfang nahm, in Gottes Gnade begründet liegt, so heißt es auch, dass er uns vor ewigen Zeiten schon geliebt hat, ehe wir überhaupt geboren waren, ehe wir geboren wurden. Es gibt den schwachen Vergleich vielleicht, der ist nur ganz schwach, aber die Mutter ist wohl der einzige Mensch, der das Baby schon so inniglich liebt, bevor es geboren wird. Weil sie es unterm Herzen trägt, weil sie es heranwachsen sieht, weil sie es vielleicht bewegt, weil sie es bewegt und die Mutter merkt es, weil es vielleicht schon redet mit dem Kind, weil sie es ernährt, das Kind. Also ist die Mutter wahrscheinlich der Mensch, der das ungeborene Baby schon am meisten liebt, bevor es geboren wurde. und es ist ein schwacher Vergleich, weil Gottes Liebe geht viel weiter zurück, nicht erst zu dem Zeitpunkt der Zeugung unserer Wiedergeburt, also unserer Bekehrung, sondern viel weiter zurück in die vorzeitliche Ewigkeit, weil Gott Liebe ist, in Person, weil eine seiner Eigenschaften Liebe ist und die beginnt nicht erst irgendwann, sie war immer schon da und sie wird niemals aufhören. Und deshalb ist diese Liebe nicht beschreibbar. Gottes Liebe ist nicht erklärbar. Gottes Liebe ist viel tiefer, viel umfassender. Sie ist allumfassend, sie ist bedingungslos und daher unendlich seitens des Vaters den Gläubigen gegenüber. Und diese Liebe ist in Christus, in seinem Sohn. Das heißt, um es mal auf unser Leben anzuwenden, manchmal fragen wir uns, ja liebt Gott nicht. Du hörst diese Zweifel von Satan, wie er kommt und wie er Gottes Charakter angreift und wie er dir einreden möchte. Ja Gott, liebt dich doch gar nicht. Du spürst das doch gar nicht. Du fühlst das doch gar nicht. Du hast, hast du vielleicht, oder mir gegenüber, jetzt hast du wieder gesündigt, jetzt hast du wieder gefehlt, jetzt hast du wieder das gemacht und das schon zum hundertsten Mal das Gleiche. Jetzt aber wendet sich Gott von dir ab, jetzt hat er die Nase voll von dir. Und jetzt musst du erst mal eine Zeit büßen, bevor du dich wieder in die Nähe Gottes trauen kannst. Das sind doch diese Dinge, die Satan uns einredet. Nein, die Schrift sagt, seine Liebe über dem Christen ist immer gleich. Zum Wiedergeborenen ist immer gleich. Zu seinen Kindern ist immer gleich. Da gibt es keine Schwankungen. Da gibt es keine Tagesverfassung. Auch wenn wir fallen, liebt er uns gleich. Gott ist Liebe. Er ist vollkommen Liebe. Es ist seine Eigenschaft. Sie ist nicht trennbar von den anderen Eigenschaften. Und weil er Liebe ist, ist er liebevoll. Das ist auch ein Bereich, der uns in der heutigen Zeit manchmal abhandengekommen ist. Gott ist so liebevoll seinen Kindern gegenüber. Er ist unendlich liebevoll. Und das soll uns in Staunen versetzen. In tiefes Staunen versetzen. Und diese Liebe, diese vollkommene Liebe, und jetzt, das ist auch die Wahrheit der Schrift, die wir davon ableiten, sie kann nicht mehr werden. Sie ist immer vollkommen. Sie ist immer voll und ganz über seinen Kindern. Das heißt, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir sündigen, wird diese Liebe zu uns davon nicht beeinträchtigt. Wir bekümmern ihn durch Sünde. Das ist wahr. Und wir betrüben den Heiligen Geist durch Sünde. Das ist wahr. Aber die gleiche Schrift sagt auch, dass seine Liebe bedingungslos ist. Gott liebt dich nicht mehr, wenn du ihm nur noch gehorsamer bist. Gott liebt dich nicht mehr, wenn du noch mehr für ihn tust. Wenn dein Terminkalender von 30 Tagen 60 Einträge hat. liebt er dich nicht mehr. Das ist manchmal so unser Denken. Gott liebt mich, ich muss ihn auch zurückleben, indem ich möglichst viel für ihn tue. Nein, das ist wieder verkapptes Gesetzesdenken. Gott liebt uns bedingungslos. Und wir können uns, wir können nichts tun, wir können nichts tun als seine Kinder, dass er uns weniger liebt. Weder positiv noch negativ. Diese Liebe ist immer vollkommen über seinen Kindern. Und weißt du, was das für eine Ruhe gibt ins Herz? Und verstehen wir uns bitte richtig, ich möchte es vorsichtig sagen, auch deine Sünden schmälern seine Liebe dir gegenüber nicht. Ich kenne die Argumentation, die jetzt gleich losgeht im Kopf. Paulus kannte die auch im Römerbrief. Ja, wenn das so ist, dann können wir ja noch mehr sündigen, dass seine Liebe beziehungsweise Gnade noch mehr zunimmt, das sei ferne, sagt Paulus. Nein, es ist eher so, wer das versteht, wer das verinnerlicht, wer das begreift, der will gar nicht, der will gar nicht Dinge tun, die ihn verunehren, weil er versteht, was es ansatzweise bedeutet, bedingungslos geliebt zu sein. Der will ihn ehren. Der will den Vater ehren. Und das ist so eine frohmachende Nachricht, dass seine Liebe mir und dir gegenüber an keine Bedingungen geknüpft ist, die ich erbringen muss, weil wenn es darum ginge, würde der Herr mich und dich gar nicht lieben. Niemals. Weil wir niemals imstande sind, an diese vollkommene Liebe auch nur ansatzweise heranzureichen. Es ist alles seine Gnade. Es ist alles seine Liebe. Und diese Liebe, die auf die Gläubigen, also in dem Fall geht es ja hier um die Christen, um die Wiedergeborenen, gerichtet ist, sie kommt aus der Ewigkeit, vor aller Zeit. Sie ist hier auf die Gläubigen gerichtet, mit Auswirkungen, die sich in der Gegenwart vollziehen. Also im Jetzt, im Heute. hier bei dieser Konferenz dürfen wir sagen, Herr, du liebst uns jetzt hier in diesem Moment bedingungslos, ohne dass ich dafür etwas tue. Und das heißt, seine Liebe dir gegenüber ist beständig, sie ist fortwährend, sie ist vollkommen bis in alle Ewigkeit. Du warst Gegenstand seiner Liebe in der vorzeitlichen Ewigkeit. Du bist es, so hast es, du erlebst es, du weißt es von der Bibel her in der Gegenwart deines Erdenlebens und du wirst immer Gegenstand seiner Liebe sein in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Johannes 13, Vers 1 drückt es so aus vor dem Passerfest, aber da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Ich habe mich immer wieder gefragt in der Vergangenheit, was bedeutete es denn, das erlebte sie bis ans Ende. Natürlich bedeutet das, dass er sein Leben gab, als diesen Punkt ans Kreuz, wo er sein Leben gab für uns Sünder, für uns Menschen, wo er uns erkauft hat, gerettet hat und seine Auferstehung. Aber es bedeutet noch mehr. Das Wort im Grundtext, Telos, bedeutet bis zum Ziel, bis zur Vollendung, bis zum Äußersten. Jesus gab sich ans Kreuz, er ging bis zum Äußersten. Bis zum Äußersten. Und darüber hinaus, er sah ja auf das, was danach noch kommt, nach dem Hebräerbrief. Die Freude, die nach dem Kreuz kommt, nach der Auferstehung, die Frucht seiner Leiden. Er liebt uns, dich und mich, bis in alle Ewigkeit. aus dieser Liebe heraus, gab der Vater seinen Sohn. Und aus dieser Liebe heraus, sandte er den Heiligen Geist, der uns überführt, der uns versiegelt, der uns verherrlicht, nach Johannes 17, 22 bis 26. Und deswegen können wir nur staunen und mit Johannes sagen, in 1. Johannes 3, 1, seht, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Johannes staunt über die Maßen, über diese Wahrheit, die weit über unser Verständnis hinausgeht. Es ist eine Liebe aus einer anderen Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, obwohl wir in keiner Weise darauf hingewirkt haben, Gottes Zuneigung zu gewinnen. Im Gegenteil, wir taten alles, um seinen Zorn auf uns zu ziehen. Und dennoch liebt der Vater erlöste Sünder mit derselben Liebe. Und das kann man nicht begreifen. Er liebt erlöste Sünder mit derselben Liebe, die er seinem Sohn entgegenbringt. Johannes 17, Vers 23. Und damit die Welt erkenne, sagt Jesus, dass du mich geliebt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst, sagt Jesus. Das heißt, die Liebe des Vaters zu seinen Kindern ist exakt die gleiche, wie er seinem Sohn gegenüber hat. Kathos, gleich wie, genau so oder in dem Maß, wie der Vater den Sohn liebt, liebt er uns. Kannst du das verstehen? Kannst du das verstehen? Ich glaube, wir können es nicht verstehen. Und wenn wir die Bedeutung des Sündenfalls dazunehmen, gleich gar nicht. Unsere Aufgabe von Anfang an war es, Gottes Herrlichkeit zu reflektieren. Wir sollten als Menschen geschaffen sein zu seiner Ehre, zu seiner Herrlichkeit. Wir sollen Reflektoren seiner Herrlichkeit sein. Seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seiner Freundlichkeit, seines Wesens. Wir sollten Abglanz seines Wesens sein. Wir sollten seine Herrlichkeit reflektieren. Und das sollen wir auch jetzt noch, als Christen, wir sollen Reflektoren seiner Herrlichkeit sein. Und was geschah beim Sündenfall? Beim Sündenfall hat der Mensch und wenn wir Adam gewesen wären, wir hätten alle dasselbe gemacht. Wir wären alle in die Falle getappt. Adam hat nicht nur einfach was falsch gemacht. Er hat nicht nur einfach ein Gebot übertreten. Adam ist der Lüger auf den Leim gegangen, wo Satan kam und hat ihm eingeredet, du wirst sein wie Gott. Das ist die Sünde. Das ist der Sündenfall. Adam wollte sein wie Gott. Er wollte Gott vom Thron stoßen, wie Satan vorher schon, der Arztengel Luzifer. Der erste Sündenfall war Luzifer, der zweite Sündenfall war Adam. Bei Luzifer war genau das gleiche wie bei Adam dann. Luzifer wollte Gott vom Thron stoßen. Und mit dieser Lüge kam er dann zu Adam. Das heißt, unsere Vorstellung vom Sündenfall ist viel zu harmonisch. Da ist nicht irgendwie einfach nur mal was passiert und die haben von der Frucht gegessen. Gott sollte vom Thron gestoßen werden. Das ist der Sündenfall. Mein Reich komme, mein Wille geschehe, sollte es heißen dann an dieser Stelle, ab diesem Zeitpunkt. Und wenn wir das verstehen, kommen wir noch mehr dorthin und staunen, Herr, wie kannst du, wie kannst du mich annehmen, wie kannst du mich lieben, wie kannst du mir vergeben. Ich wollte dir deinen Thron streitig machen. Ich als Wurm, als Winzling. Wer bin ich, dass du mich liebst? Es ist unbegreiflich. Der Vater liebt dich gleich wie er den Sohn liebt. Das können wir nicht verstehen. Seine Liebe ist unendlich, sie ist unerschöpflich, sie ist ewig, sie ist vollkommen sicher, weil sie bedingungslos ist. Sie wurde durch nichts verursacht, was in dir ist. Römer 8 drückt es so aus, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger. Beziehen wir das mal hier auf diesen Judasbrief. Drangsal, Angst, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, durch wen, der uns geliebt hat. Ich komme wieder zu diesem Punkt zurück. Denn ich bin gewiss, der leitet das von der Liebe Gottes ab, von dieser bedingungslosen Liebe Gottes leitet Paulus diesen Gedanken jetzt ab. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weil diese Liebe nicht darin begründet ist, was ich tue, sondern was er getan hat. Deswegen kann Paulus das sagen. Gott hat dich und mich quasi in sich hinein geliebt. In Christus. Und deswegen ist diese Liebe sicher. Und das kürze ich jetzt ab, ich komme zum Ende. Und deswegen kann er auch sagen, ihr seid bewahrt. Das dritte Punkt. Ihr seid bewahrt in dieser Liebe. Und die Grammatik von bewahrt macht deutlich, dass es eine Person ist, die uns bewahrt. Beziehungsweise eine Person, in der wir bewahrt sind. in Christus. Ein Mensch ist entweder in Christus oder in Adam. Und wenn du in Christus bist, dann bist du in Christus hinein geliebt worden. Und wirst bewahrt. Johannes 10, Vers 27 bis 29, wo Jesus als der gute Hirte auftritt. Niemand wird dich aus seiner Hand rauben, denn der Vater ist größer als alle. Da gibt es eine Instanz im Universum, die größer ist, da ist Gott. Ich habe vor einigen Zeiten, ich empfehle euch, dieses Buch zu lesen. Es liegt leider nicht auf dem Büchertisch. Dane Minuten jetzt, wo er einen Vergleich bringt, was es bedeutet, in Christus zu sein, beziehungsweise Christus in uns zu sein. Also vollkommen geliebt zu sein, berufen zu sein, geliebt zu sein, bewahrt zu sein. Er benutzt ein Beispiel, ist vielleicht zunächst amüsant, aber ist sehr eindrücklich, die Illustration der Zwiebel. Stell dir vor, du bist eine Zwiebel. Die äußerste Schicht besteht aus Dingen, die dich oberflächlich betreffen, aus Aspekten von dir, die nicht besonders wichtig sind. Deine Kleidung, dein Auto, andere solche Dinge. Wenn du diese Schicht wegschälst, was kommt dann? Eine Ansammlung von Dingen, die schon etwas mehr davon ausmachen, wer du bist. Deine Herkunftsfamilie, dein Persönlichkeitsprofil, deine Blutgruppe, dein ehrenamtliches Engagement. Entferne auch diese Schicht. In der nächst tieferen Schicht liegen deine Beziehungen, deine besten Freunde, deine Mitbewohner, falls du Student bist, dein Ehepartner, falls du verheiratet bist. Schäle das ab. In der nächsten Schicht steckt, was du über diese Welt denkst. Wahrheiten, die dir tief im Herzen wichtig sind, was du über Gott glaubst, über deine endgültige Zukunft, über das Ziel, auf das die Weltgeschichte zuläuft. Und noch eine Schicht weiter unten findest du deine Sünden und deine Geheimnisse, vergangene wie auch gegenwärtige. Das, was niemand sonst über dich weiß. Schäle so eine Schicht nach der anderen ab. Alles, was dich ausmacht. Was wirst du ganz innen finden? Dass du mit Christus vereint bist. Dies ist die nicht mehr reduzierbare Wahrheit über dich. Schäle alles andere weg. Und die feste, unabänderliche Wahrheit über dich, die übrig bleibt, ist deine Einheit mit dem auferstandenen Christus. Ich glaube, ich glaube zutiefst, dass Judas diese Wahrheiten den Empfängern nahe bringen will, in diesem ersten Vers. Um sie so zu rüsten für das, was kommt. Für diesen Kampf, diesen Glaubenskampf, in dem sie stehen. Sie sollten sich erinnern an ihre Berufung, an ihr Geliebtsein und an ihre Bewahrung, die alle drei samt aus der vorzeitlichen Ewigkeit kommen und sich in dieser Zeit vollziehen und gültig sind bis in alle Ewigkeit. Weil auf diesem Fundament würden sie feststehen und den Stürmen trotzen können, die hier aufgezählt werden. Und das ist ja geballte Ladung, was hier kommt ab Vers 3, was wir dann gleich noch sehen werden, weil sie dann feststehen bleiben können. Und das ist etwas, was ich uns auch gerne zurufen will, auch als Ermutigung, dass wir immer tiefer eintauchen in das Wesen Gottes, wer er ist und dadurch gleichzeitig auch verstehen, welche Gnade, welche Barmherzigkeit und Liebe er für uns bereithält. Das wünsche ich uns. und ich glaube, dass deswegen auch dieser Segen, das Gruß hier stehen kann, Barmherzigkeit, Vers 2, Barmherzigkeit, Friede und Liebe, widerfahre euch mehr und mehr. Taucht immer mehr hinein in diese Wahrheiten. Dann werdet ihr immer fester werden in eurem Glauben. Amen.